Lieber göttlicher Mensch, wenn du dich für dieses Elisemila Heider Set interessierst, weil die Elisienergie dich anspricht, dann lass mich dir ein bisschen was erzählen, gib dir ein bisschen Einblick über dieses Set. Also es kommt in dieser golden-blauen Box. Ich öffne sie mal für dich und zeige dir was drin ist. Also als erstes diese Nathaniele Sens, hergestellt von Sangita, hoch energetisch. Sie unterstützt dich dabei bei deinen Heilsitzungen, aber auch für dich selber. Also wenn du sie anwendest, vertieft es nochmal, klärt, reinigt und weitet deinen Heilerkanal, natürlich dann besonders in Verbindung mit diesem Elisemila Heider Set. Dann ist da ein schönes Skriptheftchen drin, wo alles erklärt es wirklich ausführlich, was du wissen sollst, um mit Elisemila zu wirken, als Heiler, als Heilerin. Ich glaube, da bleibt kaum eine Frage offen, wenn doch, kannst du dich ja immer an mich wenden. Da sind weiße Handschuhe drin, da wird immer gefragt, ja, für was weiße Handschuhe? Ganz einfach, kurz und klar erklärt. Diese Handschuhe anzuziehen ist ein Energieritual, das vor langer Zeit mit Nathaniel mit mir vereinbart wurde. Und jedes Ritual steigert die Energie. Also wenn du vor deinen Behandlungen diese Handschuhe anziehst, steigert es nochmal um vieles und bündelt den Heilungsstrom. Dann sind zwei CDs drin. Ich fange mal mit CD2 an. Das ist ganz einfach die Musik, die du sicherlich kennst für Elisemila. Aber auf eine meditative Form gebracht, wunderschön, zum Behandeln für Heilsitzungen oder für die Meditation. Doch das energetische Herzstück jetzt, das ist die CD1, die ist nur für dich bestimmt. Das heißt, du vollziehst mit dieser CD deine Einweihung. Nathaniel führt dich in einem Channeling und nimmt dich mit zum Planeten Sirius, wo seine Wirkungsstätte auch ist und dort wird die Einweihung vollzogen. Und es braucht immer auch ein Mittler hier auf Erden, um das Einweihungsritual durchzuführen. Wenn du die Einweihung mit diesem Set machst, dann bin ich dieser Mittler. Es läuft dann über meinen Kanal. Ich muss das gar nicht wissen, wann du das machst. Das passiert einfach und so wird die Einweihung vollzogen. Dann bin ich praktisch dein Elisetrainer. Und es gibt ja auch sonst die Möglichkeit, diese Einweihung bei ausgebildeten Trainern zu machen. Diese CD funktioniert nur für eine Person. Sie ist energetisch so abgestimmt. Also du kannst sie leider nicht verwenden, um andere damit einzuweihen. Sie funktioniert einmal auf den Lichtkörper, auf den sie sich beim ersten Mal anhören einschwingt. Steht aber alles auch noch, wenn es Kriptheftchen erklärt. Also wenn dich das anzieht, diese Elise-Miller-Heilarbeit, dann wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Freude, tiefe innere Berührung, viel Heilung und Frieden. Elise gleicht alle Energien aus, unter anderem, und erzeugt tiefen Frieden in dir. Ananascha, danke dir. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020